Was ich damit sagen möchte, muss man sich, glaube ich, anschauen. Also, weil ich male, weil ich glaube, es ist der Vorteil von Malerei, dass man Dinge sagen kann, für die es manchmal keine Worte gibt. Na, ich will ja Bilder machen. Also ich mache Malerei. Ob das jetzt am Ende irgendwie Kunst ist oder nicht, das kann ich ja gar nicht wissen. Da, wo du warst, muss ich auch noch mal hin. Weinheim. Unter diesem romantischen Motto eröffnete die Galerie der Volksbank Weinheim gemeinsam mit dem Kunstförderverein die Ausstellung der Künstler Anna Bittersohl und Philipp Kummer. Da, wo du warst, muss ich auch noch mal hin. Es, finde ich, eröffnet einen Raum, in dem eigentlich alles möglich ist. Ich finde es ein sehr schönes Kompliment auch, dass ich Anna unbedingt machen wollte. Ich finde es einfach so ein romantischer Satz. Und da gibt es eigentlich, da schwingt noch sehr viel mehr mit, dass der Rezipient sich selber entschlüsseln sollte. Das lohnt sich. Eröffnet wurde die Ausstellung von Waltraud Bucher-Olohovski und dem Vorstand der Volksbank, die auf eine lange, erfolgreiche Tradition zurückblickt. Am 15. Dezember 1967 hatten wir hier in der Volksbank Weinheim-Galerie die erste Ausstellung. Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, 1967, sehr lange her und in der damaligen Zeit, war es natürlich ein absolutes Novum, dass in einer Bank Kunstwerke gezeigt werden. Und natürlich nicht, was man sich so vielleicht vorstellt Richtung Rubens oder Rembrandt, sondern auch moderne Kunst. Und das war damals wirklich eine Innovation. Und wir sind stolz darauf, dass wir jetzt dieses 50-jährige Jubiläum feiern. Und wir werden auch im Dezember in der einen oder anderen Art in der Öffentlichkeit darauf eingehen. Die junge Künstlerin Anna Bittersohl erlernte ihr Handwerk an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. 2008 wurde sie zur Meisterschülerin ernannt. Bei der Wahl der Bildgröße bevorzugt sie eher die Extremen. Bei mir sind es sehr große Formate, also ähnlich wie dieses, und sehr kleine Mittelformate eher selten. Also ich mag das gerne, wenn ich entweder mit dem ganzen Körper drin bin und dann wirklich, dass meine Grenzen überschreitet und ich da auch teilweise in wirklichen abstrakten Bereichen unterwegs bin und sich das erst zusammensetzt, wenn ich weiter weggehe. Oder halt bei kleinen Arbeiten, wo man dann eher so eine Form wie im Buchlesen hat, wo man wirklich drin ist und so sich darauf konzentriert und der Fokus so ganz klein ist. Für ihre besondere Maltechnik findet die in Leipzig lebende Künstlerin immer unterschiedliche Materialien. Es gibt keine Präferenzen. Ich habe mich nur für die kleinen Arbeiten irgendwann für Holz entschieden, weil mich die Struktur von der Leinwand einfach beim Arbeiten behindert hat. Das kam meiner Malweise mir entgegen, weil ich sehr viel mit Auftragen und Wiederabnehmen von Farbe arbeite und da das Holz einfach dankbarer ist im kleinen Format. Die Kunstwerke von Philipp Kummer beschäftigen sich mit dem ständigen Kampf zwischen Mensch, Technik und Natur. In diesem Zerfall gibt es für mich so einen ganz spannenden Zwischenmoment, der eigentlich total unentschieden ist. Das ist was, was mir inhaltlich sehr gefällt. Das kann in alle Richtungen dann gehen. Irgendwie ist ja nur alles möglich. Und sagen wir so, diese Natur- und Konstruktionsvermengungen sind einfach so Geschichten, die mich auch so rein formal malerisch total interessieren. In seinem großen Werk, The Upward Spiral, erkennt man ein Autowrack, das komplett mit Pflanzen überwuchert ist und die Natur sich ihren natürlichen Raum zurückerobert. Gerade bei solch großen Bildern, wie sie in der Volksbank zu sehen sind, ist es immer wieder spannend zu erfahren, wie Künstler den Punkt finden, ihr Werk zu vollenden. Wenn ich so sitze und gucke und ich weiß eigentlich nicht, was ich jetzt noch machen soll, dann sind Sachen oft auch fertig, wenn ich gar nicht so... Das ist ja nicht so wie die Erleuchtung, dass man sich sagt, jetzt ist das fertig. Sondern im Gegenteil, es gibt ja immer viel Zweifel, wenn man so einen Beruf macht. Und oftmals ist es ein ganz gutes Zeichen, wenn ich dann so ein bisschen hilflos bin. Und eigentlich gibt es konkret nichts mehr zu tun, habe ich auf einmal das Gefühl. Dann kann sein, das Bild ist fertig. Und dann weiß ich das wahrscheinlich am nächsten Tag. Die gut besuchte Vernissage fand viel Zuspruch beim Publikum und es gab viel Raum für Diskussionen, auch mit den Künstlern. Also mir gefallen diese Blumenbilder, auch wenn die ganz andere Titel haben. Die gefallen mir eigentlich super. Die lebendigen Bilder und mit einer modernen Einstellung zur Malerei. Da haben wir Figurenmalerei zu tun, aber mit einer Auflösung, mit einer spritzigen Tendenz zur Abstraktion. Also für mich inzipriert sie, weil die Natur sich zum Teil alles wiederholt oder der Mensch meint, er ist mächtig über die Natur. Würden sie nochmal kommen? Auf jeden Fall. Nee, ehrlich, also diese Kultur, wenn die zwei Nuller weniger hätte, würde ich die auch sofort mitnehmen, weil die einfach nur gut ist. Aber ein bisschen zu teuer für den Studenten. Auch der Vorstand zeigte sich zufrieden über die große Resonanz und die guten Gespräche, die wiedergeführt wurden. Wir nutzen natürlich solche Ausstellungen auch zu intensiven Gesprächen, nicht nur über die Bilder und über Kunst, sondern es ergibt sich oft ein Gespräch auch über Finanzfragen oder einfach Bankfragen oder Fragen, die die Menschen bewegen, die im Moment natürlich en vogue sind, dass es so gut wie keine Zinsen gibt, was mit dem Euro passiert und anderes auch. Und das nutzen wir natürlich auch für solche Gespräche. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. November in den Räumlichkeiten der Volksbank Weinheim zu bewundern. Wer also gute Kunst erleben will, muss dahin gehen, wo wir waren. und da zum haben wir für den Nachmittgen unserer Teams